Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem ersten Tag hier bei IVECO. Hallo, ich bin Hannes und ich bin der Paul und wir zeigen dir heute einen Tag im Leben eines Kfz-Mechatronikers. Und auch wir sagen Hallo und herzlich willkommen bei deinem ersten Tag als Kfz-Mechatronikerin oder Kfz-Mechatroniker bei IVECO. Wir sind hier in der Werkstatt, wo sich alles um Nutzfahrzeuge dreht. Ganz schön was los. Paul führt gerade eine Inspektion durch. Diagnosen und Wartungen sind genau wie Öl- und Reifenwechsel typischer Arbeiten im ersten Lehrjahr. Und dazu musst du auch mal unter das Fahrzeug. Aber zum Glück gibt es dafür ja eine Hebebühne. Und natürlich gehören Instandsetzungen zu den Aufgaben während deiner Ausbildung. Hannes soll heute die Reparatur einer Zylinderkopfdichtung durchführen. Dazu muss aber zunächst einmal das Fahrerhaus nach vorne gekippt werden, damit er an den Motor kommt. Hast du dich erschreckt? Aber jetzt benötigt Hannes erstmal das passende Ersatzteil. Hallo und Henrik. Grüß dich. Alles gut? Ja, soweit. Du, ich bräuchte Zylinderkopfdichtung, Cursor 9. Bei IVECO werden Teile nicht nur ausgetauscht, sondern wenn möglich zerlegt und instand gesetzt. Als Kfz-Mechatroniker arbeitest du dabei immer eng mit den Lagerlogistikern zusammen und sprichst dich mit ihnen ab. Da hat Hendrik die Dichtung schon gefunden. So mein Besser, das ist das gute Stück. Perfekt, super, sieht klasse aus. Bauen wir das gleich mal ein und dann läuft er gleich wieder. So ein Lkw-Motor ist ganz schön schwer. Deshalb wird er an einem Kran befestigt und durch den Gang zum Arbeitsplatz gebracht, wo er dann gleich in seine Ersatzteile zerlegt wird. So sieht das Ganze dann von oben aus. Und wie du siehst, arbeiten hier in der Werkstatt noch viele andere Kollegen und Kolleginnen. Als Kfz-Mechatroniker oder Mechatronikerin ist die Fähigkeit zum Teamwork eine besonders wichtige Komponente. Ein gewisses handwerkliches Geschick und ein technisches Verständnis solltest du mitbringen. Und mit etwas Übung und Anleitung kannst du dann wie Hannes einen Motor ganz allein demontieren, um ihn zu reparieren. Aber was auseinandergenommen wurde, muss dann natürlich auch wieder zusammengebaut werden. Genaues und sorgfältiges Arbeiten ist in diesem Beruf wichtig. Mechanik und Elektronik sind deine Spezialgebiete. Dabei wird der elektronische Anteil immer größer und wichtiger, insbesondere im Hinblick auf die zunehmende E-Mobilität. Nun lese ich mit Hilfe des Testers den Fehlerspeicher aus, um zu gucken, welche Arbeiten am Fahrzeug zu machen sind. Und wir sehen hier, was Paul auf seinem Display mit Hilfe der Fehlerdiagnose-Software sieht. Denn oft ist nicht sofort klar, wo das Problem liegt. Gerade wird ein Zylinderleistungstest durchgeführt. Als Kfz-Mechatroniker arbeitest du genauso selbstverständlich mit dem Computer wie mit dem Schraubschlüssel. Hiermit endet dein erster Tag bei Iveco. Ich hoffe, der Einblick in die Kfz-Mechatronik hat dir gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja bald schon wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und auch wir wollen uns verabschieden. Wir hoffen, dir hat dein erster Tag als Kfz-Mechatroniker oder Kfz-Mechatronikerin gefallen. Tschüss und bis bald.